Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ähm, wir haben schon eine fast vollwertige Ebenerzrüstung oder Wegestreuenrüstung, kann man auch sagen. Heißt es hier zumindest. Ihr seid nicht von hier, was? Äh, nein, ich bin nicht von hier. Ich komme aus Nerem. Ich bin halb Neremese. So. So, okay, ähm, ich will jetzt aber ein paar Sachen da, ähm, einladern. Geh ich mal in mein größeres Haus. Wir haben jetzt schon viele Sachen da mit uns, schleppen da mit uns. Ich finde es nur schade, dass ich jetzt nicht alles einschmelzen konnte an, an Sachen, die ich mit mir rumschleppe. Ja, seid ihr? Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Ja, danke, ist ne, äh, Wegestreuenrüstung. Alles selbst, äh, gefunden. So, Haus der Toten. Äh, warte mal, kann ich, wir haben hier doch auch noch, ähm, ne, wir haben keinen Schmelzofen hier, okay. Kann ich das verzaubern, was ich habe? Ring des Nekromanten. Kann ich... ...den Gegensatz zerstören, um seinen Effekt zu lernen? Ja. Ähm, hier. So, Beschwörung verstärken, festigen Ausdauer, festigen Elementarismus, festigen leichte Rüstung, ähm, festigen schwere Rüstung. Äh, allgemeiner Seelenstein gefüllt. Wie viel festigt das? Gegenstand verzaubern, ja. So, dann Wegestreuen Helm. Den Edlen. Beschwörung verstärken. Ich würde hier dann... ...Verwandlungsdauer verlängern, festigen Schlösser knacken. ...festigen Psyonik, ähm... ...kann ich hier jetzt... ...festigen Fernkampf, Beschwörung verstärken, äh, dann würde ich hier vielleicht... ...Schlösser knacken festigen. Auch damit. Warte mal, welchen Helm haben wir? Den. Okay, wir... So, dann, ähm... ...den... ...mit... ...festigen Tragkraft, würde ich sagen. Warum kann ich hier ein Handkampf festigen? Beide Stiefeln. Warum? Dann würde ich hier vielleicht... ...ein Handkampf machen. So, und den... ...ein Wegestreuen Schwert. Ausdauer, so wie ein Blitzschaden, Feuerschaden, Frostschaden, Lebensenergie... ...absorb... 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 ...verursacht sieben Punkte Frostschaden... ...nein Punkte Feuerschaden. Ich würde vielleicht das hier machen. Ich würde vielleicht das hier machen. Warte mal, welcher... ...welcher... ...welches Schwert ist jetzt hier, äh... ...der hier, okay. Der ist der Favorisierte. Haben wir hier mal was verzaubert? So, dann will ich das einlag... ...nein, nicht anziehen. Einlagern. 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 Naja. Den wollen wir verkaufen. Den müssen wir wieder anziehen. Hier... Ich habe nichts mehr, okay. Dann würde ich mal sagen, wir legen uns mal schlafen. Wir sind barfuß gerade. So. So, 6 Uhr abends pennen wir mal bis 8 Uhr morgens. So, die Aufzeichnungen über die schwarzen Steine werden wir erst mal gestern Meraille abholen. Der müsste jetzt fertig sein, auf jeden Fall. Andernfalls könnten wir das jetzt nicht abholen. Und ich frage mich, wo wir dann die Sachen abholen müssen. Also, suchen müssen. Oh, da fällt mir gerade ein. Vielleicht sind wir jetzt in der Lage, gegen die drei Typen da unten in Dings zu kämpfen. In der Unterstadt. Müssten wir auch mal wieder versuchen. So, Kasernenviertel. Man erwartet viel von euch. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Der hat mich nicht angesprochen. Ist der kaputt? Meine Damen der Lina. Und ich bin darauf eingefallen. Mama, schreit. Schwester, schreit dir wohl. Ah, du. Na, was gibt's? Du siehst etwas angespannt aus. Ach so? Na ja, ich... Hast du euch schon gehört? So, ähm... Was? Nichts. Ich will nichts von euch. Ich will hier nach oben. Okay, da... Hatte was nicht funktioniert. Irgendwann vielleicht näher. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. So, äh... Merail? Hallo. Seid ihr eigentlich in Ralea? Ihr habt einen leichten Akzent. Hab ich? Ich dachte eigentlich, den hätte ich mir abgewöhnt. Aber ja, ihr habt recht. Ich stamme ursprünglich aus Nerim. Wie ihr, wenn ich mich recht entsinne. Aus Nerim? Wieso habt ihr mir nichts davon erzählt? Gute Frage. Wirklich gut. Vermutlich, weil ich keine einzige gute Erinnerung an dieses Land habe. Wisst ihr, wenn ihr mich vor zweieinhalb Jahrzehnten gesehen hättet, hättet ihr nämlich niemals vermutet, dass ich einmal zum Erzmagister Enderals werden würde. Nein, wirklich nicht. Ich war nämlich Sklave. Ihr wart Sklave? Ja. Ich wurde in eine fahrende, eternische Spielmannsfamilie hineingeboren, habe aber meinen Vater nie kennengelernt. Irgendwann hatte meine Mutter dann aber genug von diesem Leben und hat sich davon gemacht, mit mir auf dem Arm. Aber, wollt ihr das überhaupt hören? Ich will euch nicht langweilen. Keine Sorge, tut ihr nicht. Wie ist die Flucht eurer Mutter ausgegangen? Naja, sie hat einen reisenden Händler kennengelernt, der uns in einem kleinen Dorf im Salatinwald abgesetzt hat. Sildren hieß es. Meine Mutter sollte sich dort als Weberin ein paar Münzen verdienen, um mich durchzufüttern. Aber der Mann, bei dem sie zu arbeiten begann, hat sie irgendwann einfach nicht mehr bezahlt und uns wider Willen dort gelassen. Kreo war sein Name. Ich werde diesen Schandkerl nie vergessen. Ihr meint, er hat euch und eure Mutter einfach zu seinen Sklaven gemacht? Wie ist das möglich? Das fragt ihr mich. Ihr seid doch selbst Niri Mese. Was hätte meine Mutter schon machen können? Sie war schwach und ich viel zu jung. Bis ich neun war, mussten wir diesem Kreo dienen, wenn ihr versteht. Und niemand hat euch geholfen? Niemand, nein. Kreo hat ein großes Anwesen und hielt dort ein gutes Dutzend Sklaven. Jeder im Salatinwald hatte Angst vor ihm und von Kanzler Baratheon war ohnehin keine Hilfe zu erwarten. Und wie seid ihr dann schlussendlich entkommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Ein Reisender indralescher Geschäftsmann ritt eines Tages mitsamt Eskorte durch das Dorf und sah durch Zufall die Kräuter, die ich in unserer Hütte zum Trocknen aufgehängt hatte. Das habe ich immer in den wenigen Stunden, die mir an freier Zeit blieben, gemacht, wisst ihr? Der Wald war so reich an seltenen Gewächsen. Ihr macht euch keine Vorstellung. Naja, auf jeden Fall hatte ich durch Zufall ein ganzes Bündel Götterzunge gefunden. Das hat den Mann sehr beeindruckt. Und da hat er mich Kreo kurzerhand abgekauft. Und eure Mutter? Tja, die hat er einfach dort gelassen. Er war kein gnädiger Mann, wirklich nicht. Sondern wollte einfach nur um ein Händchen für Kräuter. Zwei Monate später sind wir dann von Wellenfels aus nach Enderal übergesetzt. Und er starb dort ein gutes Jahr später an den Fleischmaden. Aber er war seines Pfades erhabener. Und als seine Angehörigen von meinem alchemistischen Talent erfuhren, erkauften sie mir einen Platz als Novize. Tja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Seltsam, euch das so zu erzählen. Führt mir irgendwie vor Augen, wie verrückt meine Geschichte eigentlich ist. Habt ihr eure Mutter denn je wieder gesehen? Nein, meine Verpflichtungen hier sind zu zahlreich und eine Passage nach Nerim ist sündhaft teuer. Aber ich habe vor ungefähr einem Jahr einen Söldner nach Sildren schicken lassen. Laut ihm jedoch ist Kreos Anwesen wie ausgestorben und von meiner Mutter war keine Spur. Aber wenn all das vorbei ist, werde ich dem Großmeister um Erlaubnis bitten, selbst suchen gehen zu können. Beim rechten Weg, jetzt habe ich euch aber zugeschwafelt. Ich denke mir, eine schöne Frau wie ihr hat Interessanteres zu tun, als sich die Lebensgeschichten eines langweiligen Magisters anzuhören. Verzeiht mir. Wie kommt ihr mit der Rekonstruktion des Lauffeuers voran? Nun, das Wissen um die schwarzen Steine ist schon mal ein großer Fortschritt. Aber dennoch, es bleiben tausend geschlossene Fragen. Ich fühle mich jämmerlich, um ehrlich zu sein. Wie ein Kind, das mit der Aufgabe betraut wurde, die Technik hinter einer Sternlingskanone zu verstehen. Habt ihr eure Arbeiten auswerten können? Ah, richtig, die Aufzeichnungen. Ja, hier sind sie. Ich habe euch die relevanten Stellen markiert. Folgt einfach den Spuren und seht, ob ihr etwas finden könnt. Und wenn ihr einen der Steine habt, kommt und bringt ihn mir. Teil von etwas bedeutsam, Teil 4. Gestartet unser aller Rettung, Teil 1. Die schwarzen Steine laut Lexis Aufzeichnung finden. Lexis Aufzeichnungen lesen. Äh, wo sind die? Die schwarzen Steine einer Abhandlung. Verfasst von Lexis Merajil, Erzmagister des Heiligen Ohren. Auf den folgenden Seiten erläutert Lexis die Herkunft und den Mythos der schwarzen Steine, sowie verschiedene Spekulationen über sie. Ihr seht, dass sich insgesamt drei Lesemarken in dem Folianten befinden. Erste Lesemarken. So bleibt auch die Frage offen, ob die Zerwürfnisse im Geschlecht der Dalgais nicht letzten Endes auch dem schwarzen Stein zuzuschreiben sind. Sicher ist jedoch, dass Jiro Dalgais, dessen Faszination für seltene Mineralien allgemein bekannt war, den Stein bei einem fahrenden Händler aus Kyra zu einem Spockpreis erstand. Vermutlich ohne zu wissen, worum es sich dabei in Wirklichkeit handelte. Des Weiteren weiß man, dass Jiros Nachfahre Ketaron Dalgais, den das Geschäft seines Altsgeschlechts zu einem der mächtigsten Männer Enderals gemacht hat, trotz seiner offenkundigen missanthropischen Charakterzüge eine gewisse Liebe zur Tradition hegte und er deshalb die Steinsammlung seines Vaters hüttet wie sein Augapfel. Falls man also Vermutungen über den Verbleib, der sich auf Enderal befindlichen schwarzen Steinen anstellt, ist man am besten beraten, eine Audienz bei Dalgais selbst zu ersuchen. Zweite Lesemarke Befindet sich noch heute einer der schwarzen Steine im Besitz der endraläischen Altsfamilie Dalwarek, die jedoch zum heutigen Tage bis auf zwei Sprösslinge ausgelöscht ist. Wo sich der schwarze Stein derzeit befindet, ist fraglich, genauso wie es fraglich ist, ob die Dalwareks überhaupt von der Natur des Relikts wussten. Ein Ansatzpunkt wäre das Anwesen der Familie, obgleich dies bei dem tragischen Unfall vor drei Dekaden vollkommen abgebrannt ist. Okay, ein Anhaltspunkt wäre dann also Jasper. Dritte Lesemarke So weiß man zwar, dass auch der Orden der Apothekari sich einst im Besitz eines Steins bewundert, aber man sucht vergeblich nach näheren Hinweisen. Die Apothekari behaupten beharrlich, er sei abhandengekommen, doch was davon zu halten ist, ist natürlich fraglich. Man erwartet viel von euch Kletharon Dalgais anwesen betreten, vier Sterne, gestartet all die toten Seelen, Jesper am Tanzen Nomaden aufsuchen, drei Sterne, gestartet Engel, die Apothekarien dort statt nach dem schwarzen Stein befragen, auch drei Sterne, all die toten Seelen. Wir machen zuerst mit Jasper. Ich mag Jasper, deswegen gehen wir zuerst mit ihm dahin. Karlia? Ja? Äh, zur Kreatur in dir, diesem etwas? Was heißt von der derzeit ein Geschehnissen? Äh, warum eigentlich Kiraj? Ist das nicht küranisch? Ja, das ist es. Meister Tyras, mein Ziehvater, war halb küranisch. Manche Wörter sind hängen geblieben. Was hat das eigentlich mit dieser Tätowierung auf sich? Ja, das frage ich mich auch. Tätowierung? Ach, natürlich, du meinst das Mal. Ich habe das schon seit ich denken kann. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung woher oder warum. Naja, Male wie dieses entstehen nicht einfach so. Jemand muss das in die Haut geschlossen haben. Ließ er sich entfernen? Könnte es mal irgendwie, ich weiß nicht, magisch sein? Nein, das ist es nicht. Es ist einfach nur da. Das ist alles. Falls du dich tröstest, steht dir. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Aber danke. Aber sowas entsteht nicht einfach so. Das hat Tyras auch gesagt, ja. Aber falls es irgendeine Bedeutung hat, dann keine Bekannte. Ließ es sich nicht entfernen? Nicht ohne eine üble Narbe zu hinterlassen. Zumindest laut den Apothekari. Und überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es entfernen wollen würde, wenn ich könnte. Es erinnert mich an etwas. Okay, danke fürs Gespräch. Wenigstens sie noch im Leben. Ich will jetzt nicht noch mehr für Leute hier verlieren. Als Verlorene bezeichnet man Tote, die nach dem Ableben als willenlose Kreaturen. Man darf nie zu Ende reden. Schön, euch zu sehen. Muss da hinten hin. Aber wir quatschen jetzt erstmal mit Jasper. Gesundheit. So, tanze der Nomade. Wo habe ich das denn hingepackt? Mal fast zum Groß. Habt ihr meinen Kopan gesehen? Groß, graue Haare, blaue, braune, Lederrüstung? Den Schönling? Ja, der war gestern den ganzen Abend hier mit irgendeiner Dame aus der Oberstadt. Seit halb morgen habe ich ihn aber nicht mehr gesehen. Er sah ein wenig mitgenommen aus, wenn er mich fragt. Kennt ihr ihn gut? Äh, wir arbeiten zusammen. Verstehe. Wisst ihr was? Wenn ihr ihn ohnehin sucht, könnt ihr ihm auch gleich das hier mitgeben. Ein Kurier hat das vor ein paar Stunden vorbeigebracht. Ein Päckchen? Von wem? Von einer jungen Frau. Vielleicht eine seiner Liebhaberinnen. Keine Ahnung. Schien jedenfalls wichtig gewesen zu sein. Aber gut, ich muss jetzt hier weitermachen. Ich werde dem Kerl ausrichten, dass ihr ihn sucht. Als ihr das Päckchen entgegen nahm, fällt euch ein beklitztes Stück Papier daraus entgegen. Beendet. Erst beim Tatsanomal-Aufruf. Dem ersten Hinweis nachgehen. Dem zweiten Hinweis nachgehen. Dem dritten Hinweis nachgehen. Nach, Tempel. Ähm. Warte mal. Ah, Kanalisation? Natürlich. So, alles rummert, auch alles rummert. Äh, was ist das hier eigentlich für eine Zelle? Auch noch mehr Natur. Gefüllt, äh, Bauplan Sternlingskriegsatz. Wegestreuen Streitkolben. Nehmen wir mit, Leersalz nehmen wir mit. Massiver Schädel. Also, Wegestreuen Schwert nehmen wir auch mal wieder mit. Ähm. Beschworener Wächter, natürlich. Salz, lassen wir mal. Wo muss ich genau hier hin? Ah, drei Wegestreuen. Vielleicht essen wir mal was. Äh, eine Brezel. Rüstenbrot. Einfallpfeile. Auftrag. Ziel, Sandgut Bernus. Notizen. Anwesend in Oberstadt besucht. Täglich das, äh, Badehaus. Unverheiratet aber Liebhaberin. Falle. Ungefährlich. Bücherwurm. Aristokrat. Belohnung für 500 Groschen bei Beschaffen der Dokumente. 250 Bonus. Bernus, Sandgut. Mist. Einfallpfeiler. Untertitelung. äh, Lebensenergie hier gibt's Broschen hier eine Menge Schäden wir suchen Goldschüsse 12 Broschen, wow okay, hier ist sogar schon richtig glaube ich zumindest Alchemie Meister Broschen, Broschen, Broschen nehm ich mit ouch ähm was zur Hölle hier gibt's auf jeden Fall verdorbenes Essen verdorbene Dattelkuh, alles verdorben okay, Faktor Geselle okay, wir haben's noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen Elaria Bardas Tochter Kräutersack das Schriftstück der Leiche aus der Kanalisation werden wir dem zweiten Hinweis nachgehen ich ich Elaria Bardas Tochter gestehe hiermit meine Sünden jahrelang mordete ich unter den Namen der schwarzen Witwe ob Mann oder Frau alt oder jung mir war's einerlei solange die Bezahlung stimmte nie wurde ich für meine Verbrechen belangt da ich mich stets durch Lug und Trug dem Gesetz zu entziehen wusste ich bin ein verabscheuenswertes Wesen ohne Verstand ohne Mitgefühl gleich einem Tier nun jedoch ist die Zeit der Strafe gekommen und ich danke dem Knochenrichter für sein Urteil ich werde in diesem Käfig verharren bis ich verhungere Speis und Trank wird in meiner Nähe sein aber zu weit um es zu erreichen niemand wird mir zu Hilfe kommen und mein Tod wird ein einsamer sein so wie ich es verdiene in einer anderen Handschrift für meinen Waffenbruder für die schwarze Witwe hier ist alles schon verdorben benötigt einen Schlüssel liegt hier irgendwo ein Schlüssel? irgendwo eine Reichweite? Sichtweise? sie wird ja wohl den Schlüssel hier irgendwo hingeworfen haben wenn sie sich selber da eingesperrt hat hier ist nur Weiden drin also ich komme hier jetzt nicht durch okay dann muss ich wohl den salzwurzel ähm feuerweißel schämen ziehen hier ist kein Schlüssel dann gehen wir den anderen Weg zurück hier wenn ich ohne Schlüssel da nicht weiterkomme kann ich auch nichts machen aber die schwarze Witwe suchen wir ja ist ja eine der mythischen Mythen und Legenden das ist ja eine der fünften Mythen und Legenden die wir hier besiegen müssen wollen hier ist auch noch eine Eisplanke so dann da hinten gibt es noch zwei mal fast zum Gruß mal fast zum Gruß warte mal was ich kann ihm nichts mitmachen, okay? Cloé Cloé arqutoaráus? hat es damit zusammen? hä? Ygguly? Darf ich hier überhaupt sein? Hallo? Ah, Fremdenviertel? Ähm. Erstelle euer Bußgeld, oder ihr landet im Gefängnis. Immer mit Ruhe, ich zahle hier. Gut, aber es ist Malthas und der rechte Weg, dem ihr trotzdem Buße schuldig seid. Sucht einen Tempel auf und bittet um Vergebung für eure Sünden. Und macht so etwas nie wieder. Was habe ich gemacht? Ja, gut, wir gehen mal in diese Richtung. Habe ich jetzt das erste Mal Mist gebaut hier. Okay, das eine Weg führt da hinten hin. Ich hoffe, Jesper ist jetzt aber nichts passiert. So, wo muss ich genau hin? Nach oben? Nach unten? Na, hier hin, okay. Hier hin? Einen alten Getreidespeicher? Was? Ist hier irgendwas passiert? Muratten. Äh, Schlüssel für den Haferkeller. Notiz. Ehrlich, Gevater, ich verstehe nicht, was der ganze Zirkus soll. Ich brauche einen Lageplatz, dein Speicher steht fast leer und ich würde dir verdammte 15 Groschen pro Woche zahlen. Ist das nicht genug? Du verhältst dich ja, als hast du die Juwelen der Goldenen König in deinem Speicher gelagert. Also komm, gib dir einen Ruck. PS, und wegen der Rattenplage, du musst herausfinden, woher die Biester kommen. Vermutlich irgendwelche Löcher in den Wänden? Wenn du die gefunden hast, stell einen Stein davor oder blockiere sonst irgendwie. Das sollte dein Problem lösen. Ähm. Hier ist noch eine Zange drin. Was ist hier bitte passiert? Schriftstück der Leiche an der Powerküste. Hier ist noch ein Schriftstück, das ich nicht nehmen kann. Da ist auch noch ein Schriftstück. Was? Was ist hier bitte passiert? Ähm. Die Zeilen sind... Ich, Borio Haferschlag, gestehe hiermit meine Sünden. Jahrzehntelang habe ich Kinder aus der Unterstadt entführt und in diesen Keller gesperrt. Ich vergriff mich an ihnen, ließ sie hungern und verkaufte sie anschließend an den Höchstbietenden, die, wie auch ich, von abscheulichen Bedürfnissen und Perversionen getrieben waren. Nun jedoch ist endlich die Zeit der Strafe gekommen, und ich danke hiermit dem Knochenrichter, der mein Urteil vollstreckt. Gefesselt werde ich dabei zusehen, wie mir ein Rudelratten die Haut vom Leibe frisst. Niemand wird meine Schreie hören, ebenso wenig wie die der armen Seelen, deren Leben ich hier zerstörte. Borio Haferschlag, Kinderhändler und Mörder. In einer anderen Handschrift für meinen Waffenbruder. Das ist Borio Haferschlag. Was hat der getan? Also was die Ratten mit ihm gemacht haben, finde ich schon mal gut. Gut, wer ist dieser Knochenrichter? Wir haben jetzt einen noch übrig. Wo müssen wir dafür genau gehen? Mal fast zum Gruß. Muss ich rein in die Stadt oder woanders hin? Okay, ich muss, äh, zum Hafen. Gehen wir mal zum Hafen. Wir gehen zum Hafen. Da müssen wir irgendwie hin. Oder Unterstadt? Muss ich direkt in die Unterstadt vielleicht sogar? Also ich gehe mal davon aus, dass ich zum Hafen oder in die Unterstadt muss. So, Marktplatz. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das auf seine Glorie... So, Südviertel und Unterstadt. Grüß Gott, gibt es in der Unterstadt eine Arena? Ja, die kennen wir schon. Bin ich hier richtig? Es deutet woanders hin. Aber wo führt das jetzt genau hin? Ins Herzland. Muss ich ins Herzland? Oder verstehe ich nicht, wo ich hin muss? Zum Hafentor. Komm ich von hier zum Hafen? Komm, wir schwimmen. Jetzt ist mir egal. Dass wir aber in der Rüstung hier nicht untergehen. Kannalisationsausgaben? Zur Vorsicht. Ähm... Ähm... Der Schriftstück der Leiche am Hafen. Raubvogel ein, nehme ich mal mit. Jesper ausfindig machen. Ich, Kapitän Janul Oray, gestehe hiermit meine Sünden. Über Jahrzehnte hinweg habe ich aus allen Ländern Wüns, Männer und Frauen gefangen und an den Höchstbietenden verkauft. 462 Männer, 561 Frauen und 210 Kinder verdanken mir ein Leben in Sklaverei. An ihre Namen erinnere ich mich nicht. Nun ist die Zeit der Strafe gekommen und ich danke dem Knochenrichter für sein Urteil. Gekreuzigt werde ich über einem Bad aus Säure hängen, dessen ätzende Blasen mir langsam die Haut vom Leibe brennen werden. Niemand wird meine Schreie hören und mein Tod wird ein Einsamer sein. So, wie ich es verdiene. Janul Oray, Sklaventreiber. In einem anderen Handschiff für meinen Wappenbruder. Die nehme ich mit. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier Stift und Papier. Dann könnte ich das selber irgendwie lösen. Jetzt war ausfindig machen. Gehe ich andersrum. Was hat es mit dem Knochenrichter auf sich? Und was hat Jasper mit dem zu tun? Ich ahne Böses. Ich will jetzt Jasper nicht auch noch verlieren, wenn der Knochenrichter es auf ihn abgesehen hat. Ich beeile mich mal. Nicht, dass ich jetzt zu spät komme. Meter. Warum hat er nicht das dann markiert? Wegmarkierungen, manchmal diese Questmarker. Sind aber auch manchmal schlimm. Warte mal, ist Dings noch hier? Sie ist nicht mehr hier. Jasper, du lebst noch. Jasper? Du hier? War dir auch noch ein wenig Frischluft? Sagen wir etwas Seltsames ist passiert. Jasper von dem Morgen erzählen. Nein, ich habe dich gesucht. Stimmt etwas nicht? Du wirkst etwas durch den Wind. Sagen wir etwas Seltsames ist passiert. Was? Dann glaubt der Erzmagister wirklich, die Dalvareks sollten einen dieser Steine besessen haben? Das hätte ich doch gewusst. Glaub mir, ich habe mich mehr als einmal in die Schatzkammer unseres Hauses geschlichen und da war kein schwarzer Stein. Und diese Karte, die Morde, kannst du dir da einen rein drauf machen? Nicht im geringsten, nein. Weil davon abgesehen, dass das, was du da beschreibst, verdammt schaurig ist. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer ein Interesse daran hätte, mich auf Leichenschnitzeljagd in Ark zu schicken. Entweder wir haben es also mit einer Verwechslung oder mit einem ernsthaft gestörten Zeitgenossen zu tun. Wenn man diesen geständesten Glauben schenken soll, waren die Ermordeten allesamt Verbrecher. Das Ganze wirkt wie eine Art Rachart, Selbstjustiz. Ja, so weit war ich auch schon. Aber das ändert nichts daran, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, warum wer auch immer dahinter steckt, mir diese Karte schickt und nicht zum Beispiel der Arker Garde. Und du hast... Und hast du irgendeine Idee, was diese Losung am Ende der Briefe bedeuten könnte? Nein. Beziehungsweise... Warte. Kannst du mir die Briefe nochmal zeigen? Beim weisen Eremiten das... Nein. Das kann doch nicht sein. Was? Wenn man die Buchstaben richtig kombiniert, ergeben sie einen Satz. Klopf, klopf, wer ist denn da? Komm herein, aber komm allein. So weit war ich auch schon. Ich nicht. Was soll das bedeuten? Es... Aber nein. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kenne den Satz aus meiner Kindheit. Es war Adilas und meine Losung, wenn wir uns für unsere Expeditionen aus dem Haus schlichen. Deine Schwester, soll das heißen, sie steckt hinter den Morden? Ja, aber... Nein. Das ist doch Unsinn. Adila ist eine Apothekarier, keine Mörderin. Du hast doch gesagt, eines ihrer Opfer war eine Assassinin. Wie hätte sie bitte schön eine Assassinin zur Strecke bringen sollen und... Wieso? Äh, der schwarze Stein. Wer ihn trägt, übernimmt seine Macht. Er könnte sie zu den Morden getrieben haben. Und sie will dich scheinbar treffen. Daher die Losung. Ach, das ist doch Quatsch! Selbst wenn sie die Macht hätte. Adila könnte keiner Fliege was zuleide tun. Ich vielleicht, aber doch nicht sie. Ich werde es dir beweisen. Triff mich in Dünenheim. Dann gehen wir zu unserem Versteck. Los! Jetzt mal ein Dünenheim treffen. Ähm. Jetzt mal können wir auch gemeinsam dahin. Ich will nicht alleine. Obwohl, warte mal, Dünenheim war doch... Ach so, doch, da, da... Ja, okay. Mesdames. Wir gehen Richtung Hafen. Dünenheim kriegen wir doch locker hin. Hört meine Worte. Wo? So, wo geht's zum Hafen? Ähm. Hafen hier. Erstmal durch den Südviertel. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Hm. So, Herzland? Und dann auch nach Dünenheim. Ahoy! Ahoy! Das kriegen wir doch locker hin, oder? Ohne drauf zu gehen. Mesdames. Misere. Fremdländer. Fremdländer. Ahoy! Ahoy! Ja, auf Fremdländer weiß ich nicht, was ich sagen soll. Schon ein bisschen rassistisch von denen. So, jetzt ist die Frage, werden wir unterwegs jetzt angegriffen, oder? Also, sind die Waldelementare wieder da, oder doch nicht? Ich muss aber auch helfen. Ahoy! Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich mag Gerüstung bisher. Alles schön schwarz bis jetzt. Ja, halt ein vergoldetes Schild, ja. Und Drachenknochenarm-Schienen. Aber ich hoffe, wir bekommen da noch mehr. Oder auch Besseres. Die Drachenknochen-Dinger scheinen bisher am besten zu sein. Zumindest was den Schutz angeht. Oder Rüstungswerte eher. Okay, das wird ein sehr komplizierter Weg nach Dünheim. Aber Ark ist ja auch bis jetzt die Hauptstadt des Kontinents. Bis jetzt haben wir keine größere Stadt gefunden hier. So. So. Bühnenheim, super. Der Weg scheint eigentlich schneller zu sein. Aber ich glaube, das ist der gefährlichere Weg. Aber ich... Alter, jetzt... bleibe ich da erstmal irgendwie an so einem Ast hängen. Super. Was war das denn für ein Geräusch gerade? Keine Ahnung. So, da dürfte jetzt aber auch niemand mehr sein. Ein Weilchen. Okay, wir gehen erstmal hier in den Flussland lang. Ich war doch in Ego-Perspektive. Warum? Ja, die Creation endet. Ich... Ich lieb's. Mit all ihren Bugs. Ähm... Orange, okay. Die will ich jetzt aber nicht haben. Ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. zu Jesper und so auf dem Weg. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Schau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020